Hallo zusammen und willkommen zu Part 2 von Nova Covert Ops. Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur vorigen Episode, denn es gibt noch ein weiteres Achievement, das man sich holen kann. Und das ist das Defensive Surviving Achievement. Im Prinzip ist es eigentlich nur den Bossfighter am Ende, ohne irgendwelchen Schaden abzuschließen. Heißt, man selber weicht einfach jede Kugel aus, das ist eigentlich vollkommen machbar, denn alle Angriffe wurden ja mir vorher angezeigt. Das Einzige, was noch sein kann, ist, dass bei der zweiten Laserphase gegen Ende, wenn die letzten 10% an Hitpoints auf dem Boss drauf sind, dann bewegt er sich einmal und schießt sofort seinen Laser und das kann einen überraschen. Aber normalerweise wenn man ein bisschen darauf achtet, ob die Laserpistole ausgefahren ist und ein bisschen viel hin und her findet sich gut in der Mitte halt am Anfang, kann man in diesem Schuss erst mal ausweichen und danach ist es einfach nur ein Auf und Ab, ständig diesen Kugeln ausweichen. Was könnt ihr eigentlich im Prinzip so machen, wie ihr es bei mir im Video gesehen habt, eigentlich immer nur, man zieht die Anzeige wegfahren und den Laser nehme ich einmal mit, weil ich eben in der zweiten Phase nicht direkt darauf gefasst war. Ja, ansonsten geht es jetzt weiter mit Part Nummer 2. Wir springen rein und sehen, was passiert. Wir springen rein und sehen, was passiert. Wir haben einen Blick auf die Begebe. Wir kommen. Das heißt, was passiert. Wir suchen uns bei Charme. Wir Larry. Wir springen rein und kommen. Wir sind hier in der ersten Phase. Das war's für heute. 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 We're ready to head out. One more thing, Nova. Swan wanted a word with you. Yeah, I've been working on a jumpsuit that's ready for some field testing. You can't cloak it, but it'll let you jump like one of those Reaper guys. Oh, I can't say no to that. So, we have a base. I've sent a distress call to the Emperor's fleet. We have to hold until his forces arrive. We have to hold it. We have to hold it. We have to hold it. Say it again. Oh, yeah. Are you ready? So, bleib im Auge behalten. I can't build here. Oh, I can't build here. Aber ich will eigentlich zuerst ein gutes Stück an Geld haben. Ist hier oben noch irgendwas? Die meisten leuchten die Dinger ja als weiße Punkte auf der Map. Was ist hier auch der Fall? Weißer Punkt, weißer Punkt. Ja. Ich schicke Nova dahin. Die ersten paar Wellen sollten noch nicht so wild sein. Dementsprechend... Okay, ich habe keine Upgrades, die erforschen können. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Zumindest keine normalen Upgrades. Nova. Nova. Ja. Nicht den Shit reparieren. Ja, kann ich. Ich habe hier sehr, sehr viel Gas. Ich kann vermutlich eh nur eins eins erforschen, ja. Wie erwartet. Sobald ich noch eine weitere Barrikes brauche. Ja. Sag mal. Ja. 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 Baby. Ja. 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 die sich gegenseitig quasi den Damage wegnehmen. So, wo ist mein Bilder-Stv? Nein, keine Marauders. Reaper, 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 Reaper. Du musst den Banning fokussen. Was kann passieren? Facilität ist klar, Swan. Ach, viel Relief. Fühl frei, den Tag mit dir. Es ist dir jetzt. Ich weiß ja nicht, ob irgendwann auch von zwei Seiten Gegner kommen. Was die Sache für mich natürlich ein bisschen erschweren würde. Ist nicht das beste Makro, aber das ist momentan auch nicht so wichtig. Ja, ich weiß nicht. Ich bin sicher. Jetzt wird die Abfaller uns. Schau mal auf ihre Fischung. Natürlich. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin fertig. Auf Wiedersehen. Verwendung. Ich bin fertig. Verwenden. so dass ich wollte zu den medics die können hier und ich habe hier immer noch dieses eine std das ist ich das aus dass er mit kopiert da ist das wie bei meines achievement ich habe keine anti airwaffe momentan trotzdem sollte ich glaube ich das verlieren und hier einfach fröhlich weil der bunker und hier baut es mir marines ok es bleiben nicht die fucking surgenits Das ist meine nervige, nervige Fähigkeit. Das ist ja mal richtig lästig. Jetzt habe ich leider gerade einen großen Haufen von Reapern gekostet. Das ist ja gut. Die Reapern. Nova. Zurück, 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 zurück. Das wäre gut. 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 Jetzt war sämtliche meine Reaper, aber ich will dieses dämliche Upgrade Teil. Ja, meins. Das war jetzt relativ hässlich, das weiß ich jetzt schon. Das wäre gut. Es sieht zu drüben aus, nicht cool. Ja, langsam wird es stressig, wenn die untere Flanke hält, ich muss dann eher die obere verteidigen. Ich muss trotzdem gucken, dass ich die Pfeiler erwischt kriege, einfach aus dem Grund. Weil ich diesen Spell einfach deplieten muss. Irgendwas, was blockt, weiß aber nicht wo. Ach, du bist ein Vollidiot. Wie, beizeitig? Ah, nein, das ist eine Queen. Oh, Gott, dammit. Ich brauche mehr SCVs, die Bunker bauen, vor allem auf der Seite. Nicht genug Minerals. Mineral Field, depleted. Got it. Armed and ready. Executing. Nova here. Opening fire. Terminating. Mineral Field, depleted. Ich muss noch fünf Minuten mit diesem Quatsch durchhalten. Ja, dammit. Aber ich habe einen Checkpoint. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Geld. Ach, vor allem Minerals, verdammt, noch mal zu Ende sind. So, dann die Kacke. Okay. Not enough Minerals. Status report. Got it. Base is under attack. Nova, all of the enemy's remaining forces are coming in for one last strike. You have to hold them off. Mineral Field, depleted. Where? Screwed. Of course. Ah, ja. SCVs mit rein. Nova here. Nova stellen wir jetzt mal nach oben. Base, our SCVs are under attack. Got it. Our SCVs are under attack. Nova in Sicherheit bringen. Was sieht hier unten aus? Meh. Ich habe kein Geld mehr. Ah! Nein! Das ist jetzt irgendwie uncool. Ich habe nichts, ich kann nichts bauen. Aber ich habe das achievement vermutlich nicht gekriegt. Ich habe das nicht nur so viele Blase verringen. Ich habe das eine Ereignisse. Ich habe nichts, aber ich kann es nicht jeden Mal tun. Ich habe die Wäre nicht nur so viele Blase verringen. Ich habe das Gegenteil. Der Welt ist unter unserer Schutz. Zurück den Geist und evakuieren. Oder bekommst die Konsequenzen. Wie in der Hölle werden wir. Nova! Bringt eure Forsten zurück hier. Sie können uns nicht verhindern, während sie den Zerg-Kreis immer noch gegen den Zerg-Kreischen kämpfen. Wir müssen den Emperor andersherum treffen. Ich habe ein paar Gebäude mehr verloren. 9 Stück insgesamt. Ist eigentlich für Normal Difficulty, dass das easy machbar ist. Das kann ich euch versprechen. Baut es einfach. Fleißig Reaper. Da kommen die Wellen einfach nicht so krass an. Es ist auch oft brutal machbar, denke ich. Aber dazu müsste ich das ganze Ding jetzt noch mal angehen. Ich kann noch mal schauen, was das Zusatz-Achievement ist. Genau, dieses Flam-Turt-Achievement für die Folge. Losing Any Structures on Hard Difficulty. Auch das ist machbar. Es ist einfach das ganze Ding angehen. Bunkern wie Sau. Man kann mit den Reaper auch sehr, sehr viel machen. Weil es kommt keine Erient. Man kann alles zuschießen mit den Reaper. Das einzig nervig ist eben dieser dämliche Defiler, der seine Wolke setzt. Dann kann man den Einheiten keinen Schaden machen. Und die können ungestört alles vernichten, was ihnen im Weg steht. Das war mal diese Mission. Vielen Dank fürs Dusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Ciao.